This is the heart of Germany Und jeder gespannt ist was jetzt kommt In the hanging tree Are you, are you Coming to the tree We told you to run So we both be free Strange Are you Coming to the tree We told you to run So we both be free Strange things that happen here No stranger would obey We met At midnight In the hanging tree Are you, are you Coming to the tree This song of a man This day you were the three Strange things that happen here No stranger would obey In the end In the end In the hanging tree Are you, are you Coming to the tree With a deadlock For all his love to flee Strange things that happen here Most stranger would obey From that At midnight In the hanging tree What? Woah! Woah! Woohoo! Woah! God damn! Yes! Yes! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Alle vier, Leute! Alle vier! Oh my God! Erstmal herzlich willkommen bei uns Hallo! Herzlich willkommen auf dieser Bühne Wie heißt du denn? Ich heiße Jamie Und ich komme aus Hannover Jamie! Wie alt bist du, Jamie? Ich bin 17 17 Jahre alt! Was hast du denn alles da dabei? Da müssen wir das aus der Nähe angucken Nicht anfassen, nicht anfassen Nee, nee, im Gotteswillen Was hast du da denn alles am Start hier oben? Ach das ist hier so ein richtiges Kurs Hallo erstmal Ohhhh! Ohhhh! Klar Zodo hat nicht geklappt mit dem nichts anfassen Ja Ich glaube du musst dich mal so nach vorne bringen Dass man das hier sieht Das anfassen finde ich unfair Es gibt Leute die merken halt, dass jemand nervös ist Und dann sagen die erstmal Hey, komm erstmal runter Weißt du? Und ich habe das halt gleich gespürt Ich bin echt beeindruckt, wie du schon mit so jungen Jahren zu spielen weißt Mit Dynamik Mit verschiedenen Stimmfarben Da war echt so vieles dabei Ich finde es geil, dass du hergekommen bist Muss ich echt sagen Und jetzt Hör weg! Okay Dankeschön Ey Jamie Ich habe mich zuerst umgedreht Ich finde wir würden sehr sehr gut zusammen passen Ich Wenn ich mir vorstelle mit 17 So einen Mut zu haben wie du Ne? So selbstbewusst zu sein So toll Hier zu stehen Ich bin echt ein bisschen